Musik Leute, wir müssen mal irgendwas Neues machen, was man nicht gibt. Irgendwas ganz anderes, wisst ihr? Äh, wie wär's mit nem Let's Play Fortnite? Nääääh, welch nicht für. Vielleicht könnten wir dem Magengestür die Haare flechten. Ja, wieso nicht? Liebe Tobacca TV Zuschauer, heute zeige ich euch, wie man einem Magengeschwür die Haare flechtet. Hm, so ne gute Idee war's jetzt eigentlich nur noch wieder nicht. Hm, finde ich auch. Ich hab ne Idee. Wie wär's mit einer Rakete? Äh, okay. Äh, okay. Eigentlich kann man ja auch noch was mit Essen oder so machen. Aber nix normales, was alle machen, irgendwie so, sondern irgendwas ganz anderes halt. Hm, wie wär's mit dem Döner? Können wir machen. Vielleicht können wir den Döner noch mit so Blattgold oder so vergolden. Weil das gab's ja noch nicht mehr viel zu tun, das war eigentlich ne gute Idee. Und gern mal ausprobieren. Ja. 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 Musik 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 Blattgold und Döner Das war echt ne gute Idee Oh shit, schon so spät, wir müssen noch Musik 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 Musik